Die 33. Woche, Sandra. Es wird immer näher zur Geburt. Ja, ich freue mich. Ja, noch besser zu hören. Genau so darf es sein. Das ist der Sinn der Schwangerschaft. Zu geniessen, sich zu freuen, alles, was das stört, abzulegen. Was wollen wir heute, 33. Woche, besprechen? Was ist so dein brennendes Thema? Du erzählst ja immer über das Liebesband, wie wichtig das ist. Das Liebesband zwischen Mama und dem Baby und wie sehr das Baby auch geprägt wird. Jetzt ist es bei mir so im Umfeld, sehe ich ganz viele Schwangere, die einfach immer super gestresst sind. Und es überträgt sich ja auch aufs Baby, was du dazu meinst. Ja, jede Sekunde ist dein liebendes Baby unter deinem Herzen über die Nabelschnur mit dir in Verbindung. Das kann keine einzige Schwangere dieser Welt. Zur Seite legen. Das ist wie dein Herz, deine Lungen, deine Nieren. Jede Zelle deines Körpers ist jetzt dein Kind ein organisches, wichtiges, vielleicht das zentrale Teil deines Körpers. Und wenn du dich aufregst, dann geht es über die Nabelschnur zum Kind. Das sind sich die wenigsten bewusst, weil darüber gibt es zu wenig Literatur. Es gibt viele Gehirnforscher im englischen Bereich, die bestätigen das wissenschaftlich schon lange. Im deutschen Raum ist Gerald Hüther, ein führender Wissenschaftler, Gehirnforscher. Also auch wieder von mir, einer meiner Lehrmeister. Ich kann nur empfehlen, Gerald Hüther, kauf dir alles, was Bücher da sind von ihm oder seine Werke, für was er sich einsetzt, für das menschliche Wohl, für Kinder. Und alle Wissenschaftler weltweit bestätigen, 40 Wochen prägen ein Kind. Und das sehr, sehr tief wirkend fürs ganze Leben. Artur Janow zum Beispiel, ein Psychologe, hat das so klar auf den Punkt gebracht. Er ist weltweit einer der führenden Wissenschaftler und Psychologe. Artur Janow hat gesagt, dein Kind ist, wenn es zur Welt kommt, wie eine Signatur, eine Brandmarkung der Mama. Ja, es geht tief, diese Aussage. Das heisst also, sei sehr achtsam. Dein Kind ist kein unbeschriebenes Blatt mehr, wenn es geboren wird. Das sind 40 Wochen, jede Sekunde, was du denkst, fühlst, geht zu deinem Kind. Also sei die Essenz davon, achtsam, wie du denkst, bewusst, wie du fühlst und handelst. Das haben wir ja in unserem sanften Geburtstraining, das ist das zentrale Thema. In jedem Augenblick Stopp-Schau-Methode anwenden. Hinschauen, wie fühle ich, wie denke ich, wie handel ich. Stärkt mich das, schwächt mich das und dann sofort wenden mit der Aloe-Technik, mit Pico-Pico, mit diesen ganz verschiedenen wunderbaren Werkzeugen, die wir eingeübt haben. Könntest du die Technik Pico-Pico nochmal zeigen? Ich glaube, das ist vielleicht wichtig. Das ist eine ganz kurze Grundlagenmethode. Wie alles, für mich gibt es keine Techniken, sondern es ist ein bewusstes Herangehen, dass du deine Aufmerksamkeit und somit deine Energie lenkst. Und Pico-Pico ist aus dem uralten hawaiianischen, shamanischen Wissensschatz und heisst Pico, Zentrum zu Zentrum, Nabel. Also hierhin atmest du dann aus, beim Nabel oder zu den Fusssohlen. Und das kann man machen, kannst kurz stehen, kannst dir gleich mitmachen, Augen schliessen. Mach einfach mit, weil du bist dann konzentrierter, wenn du deine Augen schließt und wenn du deine Hand vielleicht oben an die Spitze des Kopfes hinlegst, dann spürst du die Berührung und die andere Hand auf dem Nabel. Und dort atmest du dann aus, beim Schädeldach oben, wo du die Hand füllst, ein. Das machst du jetzt ganz bewusst. Du darfst ruhig ein bisschen tief atmen und stellst dir vor, dort oben ist einfach meine Aufmerksamkeit. Beim Ausatmen kannst du auch Ja sagen, seufzen, dazu lächeln, ausatmen, zum Nabel hin. Stell dir dort eine leuchtende, strahlende Sonne vor. Mach das, unabhängig, was ich jetzt noch spreche, zehnmal. Spitze Kopf einatmen, mach bitte wirklich mit, weil sonst kannst du es nicht erleben. Ausatmen am Nabel. Du kannst mal so richtig tief schluchzen, seufzen, mal aus Dankbarkeit und Glückseligkeit. Einfach geniessen, vielleicht deine Lippen nach oben, lächeln. Dein Baby wird im Bauch dann wunderbar durchströmt vom sauerstoffreichen Blut, wenn du ein bisschen tief atmest und von Glückshormonen durchströmt. Also atme ein und aus. Mach das nochmal, zwei, drei, vier, fünfmal. Geniesse es richtig, in Dankbarkeit, schwanger zu sein. Da ist ein Kind unter deinem Herzen. Stell dir vor, über die Nabelschnur fliessen jetzt Glückshormone. Dieses Liebesband, wie ich es nenne, wird jetzt genährt, diese Autobahn zu deinem Kind. Mach das nochmal, zweimal, ganz bewusst einatmen. Spitze Kopf, deine Aufmerksamkeit. Brauchst dich nicht mehr berühren, kannst die Hand runternehmen. Nabel, ja, zu deinem Kind. Noch ein letztes Mal kommt, weil es so schön gut tut. Ein, richtig schön tief, hörbar, fühlbar und nach unten zu deinem Kind. Dann öffnest du deine Augen. Und unweigerlich hast du deine Energie erhöht. Geht nicht anders. Wenn du jetzt wirklich mitgemacht hast, man sieht es bei der Sandra und bei mir selber auch. Ich fühle das, ich habe jetzt so ein bisschen ein High-Gefühl. Geflasht, ohne Drogen. Cool, oder? Mega cool. Und da kommst du sofort schnell hin. Das war jetzt eine Grundlagenübung. Und da bauen wir dann auf, verknüpft mit Duft und verknüpft mit inneren Bildern und verknüpft mit dem Partner, wie er dich berührt oder in die Ohren flüstert oder andere Auslöser, wie ich es nenne. Jetzt habe ich noch eine Frage. Was sagt eigentlich das Kind mir die ganze Zeit als Mama? Das ist gut. Im Bauch. Das ist eine hervorragende Frage. Das ist dann von der anderen Seite betrachtet, weil grundsätzlich ist dein Baby dein grösster und wichtigster Auslöser, wie ich es nenne. Dein Botschafter. Da ist Gott unter deinem Herzen. Und dieses kleine Baby, das ist deine Frage beantwortet, sagt den ganzen Tag nur eines. Liebe mich, Mama. Hör auf, dir Gedanken zu machen, was in der Zukunft schief gehen könnte. Dein Kind würde sagen, Mama, mach dich locker. Kennst du das Zeichen? Häng los, Hawaii. Sei entspannt. Je entspannter du bist, Mama, desto wohler fühle ich mich unter deinem Herzen. Weil über die Nabelschnur bekomme ich alles mit. Mama, mach bitte dir keine Sorgen. Hör auf, Misstrauen aufzubauen. Ich vertraue. Also vertraue mit mir, Mama. Mama, schau, dass dein Partner, mein Papa, würde dein Kind sagen, mit dir zusammen in Liebe unterwegs seid. Dass ihr miteinander ein hervorragendes, eingespieltes Elternpaar werdet. Ich brauche meinen Papa, würde dein Kind sagen. Und Mama, lächle und atme und mach pico-pico. Und fühle dich in diesem einen Augenblick, ganz egal, was gerade da ist, einfach nur happy. Liebe das, was da ist. Sei mit mir präsent. Mama, ich brauche dich. Und zwar in der Richtung, dass du dich gut fühlst. Das würde dein Kind den ganzen Tag sagen. Und wenn du dann im Zweifel bist, würde dein Kind so wie anklopfen und sagen, Mama, tut uns das jetzt gut. Stärkt dich das. Und wenn es dir nicht gut tut, Mama, dann tut es mir nicht gut. Und das ist die Wissenschaft, weisst du dahinter. Weltweit sind sich alle Forscher einig. Dein Kind wird jede Sekunde geprägt. Und mein Anliegen vom sanftigen Geburtstraining, Sandra, und das habt ihr ja gespürt, jeden Tag, meine Übungen, die ich euch mitgebe, der Online-Bereich, der ganze Trainingstag führt nur dorthin, dass du als Mama mit deinem Partner an der Seite euch eine Premium-Zeit aus der Schwangerschaft macht. Eine Qualitätszeit. Verstehst du? Das sind meine Worte. Ich möchte, dass du spürst, hey, da ist mehr drin, als jetzt bin ich schwanger, dann kommt die Geburt und danach ist es durch. Ja. Ja, das kann man so ansehen und die meisten machen es weiter. Traurig, ja, dass es so viele so sehen, ja. Traurig kann man sagen, weil das Kind würde sagen, Mama, bist du auch happy, dass ich da bin? Genau, möchtest du, dass ich da bin? Ich lebe schon. Verstehst du, im Chinesischen, in diesem Raum gibt es dieses Wunderbare, wenn ein Kind zur Welt kommt, wird es gefeiert, schon als Einjährig. Mhm. Macht Sinn, ja. Das lebt unter deinem Herzen. Also, wie wenn es schon da sein würde, wenn es du dann nachher führst, an der Hand hältst, an deiner Brust Milch fliesst, wenn da Liebe, jetzt schon, fühl dieses kleine Wesen, das dir die ganze Zeit sagt, liebe mich, Mama. Ja. Und diese vielleicht zentrale Frage, schreib sie dir, wenn du hier bist, als schwangere Mama, angehende, werdende Mutter oder als Papa, schreib dir diesen Kernsatz auf. Stärkt mich das jetzt? Oder schwächt es mich? Das ist mein Kernsatz allgemein, unabhängig von der Schwange. Stärkt mich das, was ich jetzt gerade denke, was ich fühle und was ich gerade in meinem Verhalten jetzt abliefere? Oder schwächt es mich? Zweifel schwächt? Angst schwächt? Und dein Kind bekommt die ganze Ladung mit? So, und jetzt möchte ich dir als, du kennst ja das, Sandra, du bist ja bei mir im Training, im Coaching, im Kurs, im sanften Geburtkonzept dabei, aber dir als Zusehende möchte ich jetzt gerne etwas ganz Wichtiges mitgeben. Vielleicht bist du jetzt schon 32. Woche. Vielleicht bist du 17. Woche. Vielleicht aber auch schon kurz vor der Geburt, 36. Woche. Jetzt kommt hier der Urs und sagt, Achtung, über die Nabelschnur hat mein Kind die ganze Zeit alles mitbekommen. Sollte ich mich jetzt vielleicht schuldig fühlen? Habe ich jetzt vielleicht ein schlechtes Gewissen? Du kannst das nicht mehr ändern. Ja, dein Kind hat das alles mitbekommen. Was du aber tun solltest, macht dich sofort auf den Weg, rechts abzubiegen, in den positiven Flow zu kommen, deinen ganzen Tag lang in Glückshormonen zu baden. Das kannst du ändern. Verstehst du, Sandra? Das ist so wichtig. Du machst ja das im Training. Sobald du merkst, ich bin wieder in der verkehrten Richtung unterwegs, mit meinen Gedanken, dann wechselst du. Und diese Werkzeuge, die solltest du haben. Und dann wird dein Kind unter deinem Herzen, auch wenn du schon 38. Woche wärst, wird spüren, ach, Mama verändert sich. Und Mama ist entspannter. Und Mama liebt mich mehr und ist präsenter und ist achtsamer und bewusster. Und dann ist das, was du vorgängig erlebt hast, gar nicht mehr so wichtig. Du kannst es loslassen, weil Kinder wollen dich präsent im Hier und Jetzt in Liebe fühlen. Also das ist etwas ganz Wichtiges. Nicht, dass du jetzt nach diesem Video traurig bist als Zusehende und findest, boah, das hat mich jetzt aber geflasht, diese Aussage, dass mein Kind jede Sekunde alles mitbekommt. Ja, ist so. Aber lass es gehen. Was war, kannst du nicht mehr ändern, aber du kannst jetzt einsteigen und deine restliche Schwangerschaftszeit und das Geburtserlebnis zu einer Premiumzeit werden lassen. Zu diesem, ich kann in einem hormonellen Glückshormon rausch sein. Jede Zeit. Und wenn du als Papa zuschaust, hilf deiner Liebsten dabei. Ich glaube, das ist sehr wertvoll und sehr tief gegangen jetzt, diese ganze Geschichte. Und es wird zu wenig informiert. Für mich ist das einer meiner Hauptgründe gewesen, Sandra, warum ich das sanfte Geburtkonzept entstehen ließ, entwickelte. Weil ich habe wirklich herausgefunden, 2005, auch damals, als wir mit unserem eigenen Kind schwanger waren, wo ist hier das Bewusstsein? Weisst du, was du aus dieser wertvollsten Zeit deines Lebens, 40 Wochen, alles gestalten kannst? Sehr wichtig, ja. Also einfach nur, ich ziehe es mal durch und dann kommt mein Kind und dann beginnt mein neues Leben. Das ist zu wenig. Und das Kind wird es danken. Und das Kind wird es so was von danken, du sagst es am Schluss, weil alles wird vom Kind wahrgenommen. Und wenn du das jetzt, ab jetzt in deiner Schwangerschaft wechselst, dieses von der Angst, vom Zweifel, von Befürchtungen hegen, Sorgen, unbewusst unterwegs sein, ins bewusste, liebevolle, achtsame wechselst, dann bekommt dein Kind eine andere Sichtweise, ein anderes Gefühl und das heilt alles bisherige. So, das als Abschluss, also mach dir keine komischen Gedanken, sondern geh einfach auf den neuen Pfad und erfülle dich und dein Baby mit Glückshormonen. In diesem Sinn, bis bald, danke für das Dasein in dieser Schwangerschaftswoche und dir, Sandra, bleib auf diesem Pfad des positiven Flows.